Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wie am Start. Heute ist Samstag und wir wollen uns heute gemeinsam um die Nostalgie Future Stars Challenge kümmern. Da heißt es gewinne Boni durch Abschluss der Future Stars Herausforderung. Ein Tag und 23 Stunden ist die ganze SPC verbleibend, aber ihr könnt genauso recht sehen, ist natürlich heute auch eine weitere Footies Sieger SPC rausgekommen und natürlich ist der Sieger Paul Pogba. 95er Paul Pogba ist raus. Sieben Segmente, die wir für die SPC abgeben müssen und die SPC werde ich natürlich jetzt hier nicht abschließen. Sie ist auf jeden Fall relativ teuer, sieben Segmente, aber das Positive ist, wir haben 17 Tage verbleibend. Also bis zum Ende dieser Promo ist diese Paul Pogba SPC am Start, Mittelfeldmotor. Und ihr könnt mir gerne schon mal in die Kommentare schreiben, schließt ihr diese SPC ab? Meinungen zu der SPC ab, damit auf jeden Fall in die Kommentare. Aber heute in diesem Video soll es um die Nostalgie Future Stars Challenge SPC gehen. Und die ist auch richtig, richtig nice. Und bevor wir rein starten in diese SPC, kurz die Info an euch, zeigt natürlich wieder Support. Support us come out, ihr wisst Bescheid. Wenn euch das Ganze gefällt mit den täglichen FIFA 19 Content, SPC Content, dann zerstört gerne den Like-Button. Lasst uns die 200 Likes so schnell wie möglich auf jeden Fall knacken. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr generell an FIFA 19 SPCs interessiert seid. Falls ihr neu seid, würde mich und würde auch Armin auf jeden Fall richtig freuen. Und ja, wie gesagt, kommentieren nicht vergessen, gerne auch schreiben, was habt ihr gezogen in den jeweiligen Packs. Denn apropos Packs, die sind sehr, sehr nice. Und damit starten wir rein in die Nostalgie Future Stars Challenge. Also, wollen wir mal anfangen mit den Packs. Als Gruppenreward bekommen wir ein 20k Set. Insgesamt wieder vier Segmente. Und wenn wir uns daran erinnern können, die letzten Wochen war es so, dass es immer diese Retro-Torti-SPCs gab und so weiter und so fort. Ja, und heute ist das Ganze halt, wie gesagt, Future Stars basiert. Und auch heute natürlich wieder vier Segmente, die wir abgeben müssen. Das Ganze Flashback-mäßig gesehen. Und wir haben vier SPCs, die wir heute gemeinsam abschließen. Deshalb starten wir rein in Nostalgie Future Stars. Ich habe euch natürlich wieder günstige Lösungen vorbereitet. Insofern, ja, hoffe ich, dass ich euch da natürlich helfen kann. Also, Gruppenreward schon mal ein 20k Set. Das ist nice. Weiter geht es dann, wenn wir reingehen in die SPC. Wir haben hier viele Segmente, die wir, wie gesagt, abschließen müssen. Wir haben einmal ein Mega-Pack am Start. Als erstes Pack, was wir hier bekommen, ein 35k Set. Dann haben wir hier auf der rechten Seite ein Prime-Elektro-Spieler-Pack. Also wieder um 20k Set. Dann geht es weiter mit einem Premium-Gold-Spieler-Pack. Also ein 25k Set. Und dann haben wir als letztes hier nochmal ein 45k Set am Start. Also insgesamt richtig geile Packs. Und meine Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Diese SPC abzuschließen. Ihr könnt es sehen. Ein Tag und 23 Stunden ist die SPC verbleibend. Also auch nur zwei Tage. Sagt eure Freunde also gern Bescheid, dass die SPC am Start ist. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Ja, und damit starten wir jetzt wirklich mal rein mit den jeweiligen SPCs. Wir gehen die Stückweise jetzt durch. Öffnen dann das Pack. Und ja, wir gucken natürlich, dass wir Pack-Lack am Start haben. Also, fangen wir an. Mit der ersten SPC gehen wir erstmal auf die Voraussetzung ein. Und dann werde ich euch hier die Lösung präsentieren. Vom Prinzip her, was ihr machen müsst. Das Ganze ist jetzt hier eine Lösung. Könnt ihr, wenn ihr Bock habt, 1 zu 1 nachbauen. Also, England. Brauchen wir mindestens zwei Spieler. Wir brauchen Spieler aus einem Verein. Maximal vier. Dann haben wir Spieler aus der selben Liga. Mindestens drei. Warum die Begrenzung da ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann hier ganz entspannt mit den weiteren Ligen gegangen. Beziehungsweise mussten nicht viel in viele Ligen gehen. Durch diese Bedingung haben acht generell benutzt aus einer Liga. Primär natürlich hier Premier League am Start. Selten mussten wir mindestens vier Spieler benutzen. Genau Gold und mindestens 85 Teamchemie. 88 haben wir erreicht. Ihr seht, die meisten sind ja alle gekauft. Bis auf zwei Erstbesitzer, die ich hier benutze. Insofern auf jeden Fall könnt ihr 1 zu 1 nachbauen. Wie gesagt, das Ganze das Gute ist. Wir haben kein Rating hier vorgegeben. Insofern gerne die low-rated Goldspieler benutzen. Und schauen, dass ihr wie gesagt die zwei Engländer abgehakt habt. Und durch die zwei Engländer bin ich halt wie gesagt hier in die Premier League gegangen. Habe mir da auch meine vier seltenen rausgenommen. Weil ich wusste, ich habe da viele seltene am Start in der Premier League. Ja und dann habe ich hier rechts nochmal Dreieck gebildet. Aus der Eredevise. Rechtsverteidiger, ZM und Innenverteidiger. Und dann war das Ganze eigentlich auch schon fertig. Ja gehen wir das Ganze nochmal kurz durch. Wir haben hier Ryan für 700 Münzen damals gekauft. Dann 400 Münzen Svensson. Dann haben wir WGW. Oder 4GW. Oder wie hier ausgesprochen wird. 400 Münzen für ihn. Chambers ist Erstbesitzer. Masuaku. 700 Münzen. Mitsuo. Ihr seht die Namen. Ich spreche die Namen gar nicht jetzt aus. 800 für Koyate. Und dann 54. Erstbesitzer. 450. Und dann 800 für King. So also das ist die erste SPC. Wir bekommen direkt ein 35 K-Set. Das ist einfach mal richtig nice. Und das werden wir natürlich jetzt direkt öffnen. Denn es kann uns helfen die weiteren SPCs weiter zu lösen. Insofern Mega-Pack. Wir machen es auf. In 3, in 2, in 1. Let's go. Komm schon EA. Hau was raus. Hoffentlich habt ihr Packlack. Ich hoffe, ich habe auch ein bisschen Packlack wieder am Start. Ist schon ein bisschen länger her. Wir fangen an mit keiner Wand. Auch mit keinem Walkout. Wir fangen an mit einem Waliser. Linksverteidiger. Immerhin. 81er Davis. Also nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Für weitere SPCs hoffentlich hilfreich. Schauen wir gleich mal. Die letzte SPC müssen wir gleich noch gemeinsam machen. Oh, 80er Caldaro. Und der könnte uns schon weiterhelfen. Später mit dazu. Das heißt, ich erinnere mich als Spanier wahrscheinlich auch einiges an. Ja. Der ist einiges wert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Ja. Und sonst, das Packt ein paar Team-Findes-Karten. Nehmen wir natürlich gerne mit. Das stoßen wir ab. Der kommt hoch. Juventus-Trikot wird abgestoßen. Und 180 Münzen, die wir hier auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Ich werde kurz die Transferliste nochmal etwas leeren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Übrigens natürlich hier die Info. England-Spieler natürlich primär verkaufen. Nehmt auch die Coins mit. Schaut, was habt ihr für Englander im Verein. Den Rest an Englandern natürlich verkaufen. Schön Profit machen. Und genauso sieht es hier mit der weiteren SPC aus. Ich habe es eben schon leicht erwähnt. Hier geht es um Spanier. Hier müssen wir zwei Spanier abgeben. Mindestens zwei Stück zumindest. Und wir bekommen hier, wie gesagt, ein Prime-Electrum-Spieler-Pack. Spieler aus der selben Liga maximal drei. Also jetzt eine maximale Begrenzung. Dann haben wir in der Zulateten mindestens vier. Wir haben jetzt fünf benutzt. Team-Gesamtwertung eine 80 mindestens. Team-Chemie eine 75. Wir haben eine 87er Team-Chemie erreicht. Könnte also, wenn ihr Bock habt, 1 zu 1 wieder nachbauen. Und Anzahl der Spieler im Team sind elf. Ja, was habe ich gemacht? Man schaut natürlich, dass man hier schön die Dreiecke bildet. Vor allen Dingen bei dieser Formation. Und da ist mir natürlich direkt erstmal ins Auge gefallen, ein Petro Leon zum Beispiel. Der ist für mich untradable. Habe ich natürlich als ersten Spanier benutzt. Dann ein ZOM. Ebenfalls Spanier. Da war das Ganze schon mal abgehakt. Dann Stürmer rausgesucht, um hier das Dreieck zu bilden. Ja, und dann ging es weiter. Auf der linken Seite habe ich mich für die Serie A entschieden. Hier ebenfalls ein Dreieck aus Italienern gebildet. Und dann habe ich mich so auf die französische Nation hier runter begeben. Und da habe ich aus der Premier League Bolli und Schneiderlau gefunden zum Beispiel. Dann hier, wie gesagt, Premier League Dreieck zu Ende gemacht. Und aufgrund dieser französischen Nation natürlich dann in die League A gegangen. Mit Innenverteidiger und Torhüter. Ja, also das Prinzip von dieser SBC. Ihr müsst nicht 1 zu 1 die gleichen Spieler benutzen, sondern einfach das gleiche Prinzip anwenden. Schaut, was habt ihr im Verein. Guckt, dass ihr dieses 80er Rating irgendwie zusammenbekommt. Und dann halt, wie gesagt, ganz entspannt die Dreiecke bilden. Mehr ist das Ganze gar nicht. Falls ihr trotzdem jetzt eine Lösung wollt, die ihr 1 zu 1 nachbauen wollt und könnt. Hier gehen wir mal kurz die Namen durch. Ihr seht, das erste Besitzer und gekauft für, was da alles am Start ist. Und ihr seht auch das wieder. Eigentlich eine wirklich simple Geschichte. Hier haben wir noch Vitolo, der für mich ebenfalls untradeable wäre. Hätten wir auch benutzen können. Eborra wiederum tradable. Da können wir nur kurz gucken, was der kosten wollen würde momentan. Ja, und ihr seht, alle Spanier hochgegangen. Vor allen Dingen er jetzt mit dem 81er Rating. Aber wir holen uns das 20k Set ab. Und damit die zweite SBC auch schon wirklich simpel und schnell fertig. 6 silberne und 6 seltene. 12 Spieler insgesamt. Schauen wir doch mal, was hier am Start ist. Der rechte Walkout. Oh mein Gott, das aus dem 20k Set. Und es wird eine Man-of-the-Match-Karte oder was? Ne, Europa League. Portugal. L.M. Wer ist denn das? Guedes? Guedes? 84er Rating. Let's go. Geil. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Wird wahrscheinlich trotzdem Discard sein. Ähm, bei 15k. Aber, nette Karte. Walkout aus dem 20k Set. Habe ich nicht mit gerechnet. Nehmen wir natürlich gerne mit. Habe ich überhaupt nichts gegen. Was haben wir noch im Set? Leider nichts großartig. Er wird wahrscheinlich hier. Jawohl. Oh, doch nicht. Aufgrund der Pogba-SBC vielleicht doch nicht. Das ist die große Frage. Übrigens, Pogba-SBC natürlich ein bisschen teuer. Es gibt geile Packs beim Pogba zurück. Muss man ganz klar sagen. Ähm, er ist teuer. Es ist aber auch eine bombastisch gute Karte. Das muss man mal kurz sagen. Und das können wir uns vielleicht jetzt nochmal kurz zur Mitte hin jetzt mal anschauen. Und Paul Pogba. Vier Sterne, Fünf Sterne. Hochgering. 1,91. Und guckt euch diese Stats an, Leute. Das ist einfach nur richtig, richtig, richtig krank. Wir können mal kurz gucken, ob das Ganze irgendwie preislich schon bei Footprint vielleicht irgendwie drin ist. Paul Pogba. Ja, 1,2 Millionen und 50k kostet anscheinend die Future Stars, Nostalgie Future Stars, SBC. Denke ich nicht, dass die 50k kostet. Ähm, aber hier, wie gesagt, bei Paul Pogba muss man abgeben. 89er Squad, 88er Squad, 87er, 86er, 86er, noch ein 86er und nochmal ein 85er. Also, das ist happig. Aber ich glaube, auf dem Transfermarkt wäre der teurer vielleicht sogar. Ähm, müsst ihr halt überlegen, ob ihr jetzt für einen Untrader wie Pogba das hinlegen wollt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und damit gehen wir weiter natürlich mit der nächsten SBC. Und das ist hier, wie gesagt, die dritte, die am Start ist. Und auch hier wieder, genauso wie bei der ersten SBC, kein Rating vorgegeben. Wir haben nur eine Maximalbegrenzung von. Wir müssen genau Goldspieler benutzen. Deutschland mindestens zwei. Anstatt mit dem England mindestens zwei müssen wir jetzt hier zwei Deutsche benutzen. Spieler mit derselben Nationalität maximal dann vier. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Liegen mindestens drei. Spielerqualität genau Gold. Eine Teamschämie von mindestens 70. Und Anzahlspieler im Team sind elf. Auch das könnt ihr wieder eins zu eins nachbauen. Hier ist jetzt alles fast gekauft. Bis auf einen Erstbesitzer, der am Start ist. Und da macht ihr folgendes. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, zwei Deutsche rausgesucht. Einmal hier Günther als linken Außenverteidiger im LM. Und dann Selke. Und aufgrund dieser Spieler mit derselben Nationalität maximal vier. Und ja, dass wir da, wie gesagt, sonst keine Begrenzung hatten, bin ich dann komplett in die Bundesliga gegangen. Mit einem Frankfurt-Dreieck hier in der Mitte. Mit dann Innenverteidigern, die halt nicht deutsch sind. Und ein Torwart, der nicht deutsch ist. Und dann musste ich, wie gesagt, wegen dem Ligen mindestens drei. Musste ich dann hier noch zwei aus anderen Ligen benutzen. Ein Stürmer und ein Mittelfeldspieler. Und so war das Ganze fertig. Wirklich sehr, sehr simpel. Sehr, sehr einfach. Auch diese Geschichte hier wieder. Und wir bekommen halt ein 25-K-Set. Ja, quasi für Lau. For free. M. Vogo. Tisserand haben wir am Start. Veljovic. Redsos. Dann haben wir die Guzman und so weiter und so fort. Ihr könnt sehen, wer am Start ist. Und wie gesagt, zwei Deutsche raussuchen. Gerne auch in der Bundesliga bleiben. Und das Ganze kompletieren bis auf zwei Positionen. Und mehr ist das Ganze nicht. Das ist das Prinzip dieser SBC. Schaut, dass er Low-Rated-Goldkarten benutzt. Hier ist kein Rating vorgegeben. Insofern auf jeden Fall nicht die High-Rated-Goldkarten hier irgendwie verbrennen. Denn die braucht dafür die vierte und letzte SBC. Da ist ebenfalls wieder ein 80er-Rating gefordert. Was ein bisschen mies ist. Aber ich werde euch gleich zeigen, was wir da auf jeden Fall vorbereitet haben. Hier bekommen wir leider keinen Walkout. Wir bekommen Franzosen. ZDM. Ey, das ist gut. Immer in der 82er-Gratete. Das ist auf jeden Fall gut. Und kann uns auf jeden Fall eventuell gleich weiterhelfen. Dann die Cabellos ebenfalls noch. Als 81er auch. Sehr, sehr nice. In Sonsi kommt auf die Transferliste genauso wie der andere Franzose. Und dann geht es jetzt auch direkt rein in die letzte SBC. Und das ist die folgende hier. Da müssen wir, wie gesagt, noch das Rating jetzt ein bisschen upgraden. Machen wir gleich. Kein Problem. Gehen wir erst zu die Voraussetzungen durch für das Prime Gold-Spieler-Pack. League A brauchen wir mindestens einen Spieler. Spieler aus der selben Liga maximal vier. Also da ist die Begrenzung. Selten mindestens fünf. Wir haben jetzt hier sechs benutzt. Team-Gesamtwertung brauchen wir eine 80. Wir haben momentan noch eine 79. Die Teams-Spielung von mindestens 80. Und Anzahlspieler im Team sind elf. So. Das Ganze gehen wir jetzt mal kurz durch. Wir haben eben aus der Serie A ein paar Spieler gezogen. Unter anderem auch halt, wie gesagt, Innenverteidiger. Und da war auf jeden Fall diese 80er dabei. Entsonsten mal kurz überlegen, ob wir den einbauen können. Können wir theoretisch machen. Aber Caldara will ich mal mitnehmen. Das auf jeden Fall, um das hier Ganze zu upgraden. Das ist doch auf jeden Fall schon mal nice. Premier League weiß ich nicht, ob ich auf der linken Seite bleibe. Aber es geht natürlich darum, Vierecke quasi zu bilden. Und ich hätte gerne andere Spieler, anstatt den 80er aus der Serie, aus der League A, um unerledigt zu sein. Und vor allen Dingen einen zentralen Spieler im Idealfall. Der Cyprien wäre zum Beispiel so eine Variante. Glick hätte ich auch kein Problem, ihn abzugeben. Aber der kommt halt nicht wirklich auf Chemie da im Mittelfeld. Ja, deshalb bin ich da nicht so ganz zufrieden, muss ich ganz klar sagen. Das Ganze müssen wir hier auf jeden Fall noch ändern. Wir gucken mal, was wir als RM so am Start haben. Und da ist uns ein Jamulenko, der uns hier ins Auge sticht. Traore wäre eine Option. Oh ja, das machen wir. Ich habe eine Idee. Wir machen Traore hier vorne rein. Und hier machen wir Stindl rein. Den haben wir im Sturm und in der Bundesliga. Als Mittelstürmer ist der ja angesiedelt. Und dann gucken wir mal, wo wir hier vom Rating her sind. Bei 79 immer noch. Also ich würde sagen, ich werde das Ganze hier kurz nachbauen. Vielleicht noch mal die Premier League Ecke da ein bisschen umändern. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, Freunde, und da bin ich tatsächlich auch schon. Es hat sich nicht viel geändert. Und zwar habe ich einfach in die Mitte gepackt einen Meier. Also so viel Rating hat uns gar nicht mehr gefehlt. Ja, das Ganze könnt ihr auch wieder 1 zu 1 nachbauen, wenn ihr Bock habt. 85 Teamchemie sind jetzt hier erreicht. 80er Bewertung, wie gesagt. Und wir haben folgende Erstbesitzer am Start. Einmal hier den Torhüter, Innenverteidiger, Innenverteidiger. Den ZM, Franzose, wie gesagt. Der Rest ist gekauft auf dem Transfermarkt. Deshalb könnt ihr das Ganze 1 zu 1 nachbauen. Zu den Voraussetzungen habe ich schon was gesagt. Jetzt gehen wir das Ganze nochmal kurz durch. Viviano als Torhüter. 83er. Geh mich gerne mit. Ja, 83er. Super hier für dieses Rating. Damit wir das 80er Rating erreichen können. Dann, wie gesagt, hier auch ein Untradable. Pizella benutzt. Caldara dann wieder tauschbar. Traore dann eben reingepackt. Habt ihr gesehen. Cipriar. Sanchez. Dann haben wir Iscudero. Wir haben Maier, der dann perfekt zu Stindl hier linkt. Den gelben Link hat. Und Ben Tecke, der halt, wie gesagt, aus dem gleichen Verein wie Maier kommt. Und insofern die grünen Links und so weiter. Das passt alles perfekt. Gibt allen hier Leuten vorne Chemie. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Das hier jetzt eine Option. Das Ganze, wie gesagt, zu bilden. Und damit holen wir uns ganz entspannt das 45k Set ab. Genau ist es das, was wir haben wollten. Und da haben wir jetzt dann, wie gesagt, jetzt noch zwei Sets zum Ende dieses Videos zum Aufmachen. Nostalgie, Future Stars, SPC abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen helfen, diese SPC abzuschließen. Wenn ja, wie gesagt, zerstört gerne den Like-Button. Zeigt Support. Und ja, Pogba, gern eure Meinung in die Kommentare. 17 Tage verbleibend. Also lasst euch da auf jeden Fall Zeit. Er ist teuer. Und wenn ihr ihn machen wollt, geht da, schlaft da gerne nochmal eine Nacht drüber und überlegt euch das, wie gesagt. Und ja, denkt an die Verkäufe auch übrigens von den Goldkarten natürlich. Durch die SPC, die jetzt rausgekommen ist, ja, relevant auf jeden Fall da bei den Goldkarten. Insofern, jede Goldkarte, die wir jetzt ziehen können, ob die Spanier sind, Deutsche, Engländer, kann uns hier auf jeden Fall schon mal richtig gute Coins bringen. Wir ziehen leider wieder keine Wand. Wir ziehen diesmal einen 82er Handel. Auch vom Rating her, die 82er bestimmt hilfreich für so 80er Squads, wie gesagt. Und deshalb eigentlich jede Goldkarte Gold wert. Drink Drinkwater hier. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Die bringen alle was. Hier in Spanien, rechtes Mittelfeld. Über 1000 Münzen bringt auch der Vitolo. Den haben wir, wie gesagt, ja, untradeable, habt ihr eben gesehen. Ja, und jetzt das 45 KC zum Abschluss. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir machen es auf in 3, in 2, in 1. Let's go. Komm schon. Yay. Hau nochmal was raus. Einen Walkout konnten wir leider schon. Leider schon, sag ich schon. Konnten wir schon ziehen. Leider ziehen wir jetzt hier keinen Walkout. Das wollte ich sagen. Aber wir ziehen eine Wand. Und es wird Brasilien Innenverteidiger. Oh, Miranda. Let's go. 85er. Das ist das, was man sehen will, wenn man keinen Walkout sieht. Eine 85er Karte. Ist doch klar. Richtig nice. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Und ja, jetzt würde ich sagen, was haben wir noch im Set? Lanzini. Lanzini könnte auch ein bisschen hochgegangen sein, aufgrund der Formation, die eben am Start waren. Spanier wieder am Start hier. Leute, Leute, Leute. Da kann man auf jeden Fall richtig gute Coins machen. Denkt da bitte dran. Der Rest kommt auf die Transferliste. Und damit soll es das für heute gewesen sein, für den Samstag. Wie gesagt, keine Pogba-SPC heute, sondern die Puzzle-SPC mit den Instagram-5-Sets. Eine mega geile SPC. Meine Erfehlung geht auf jeden Fall raus. Macht sie gerne. Lasst mich gerne in den Kommentaren und wissen, was habt ihr gezogen. Mich würde es interessieren und damit soll es gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder oder die Tage. Und ja, haut rein. Viel Peckluck. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.